Wir vom Grand Fondate in Tirol sind da im wunderschönen Kufstein und begrüßen jetzt unsere Euregio-Kollegen von Südtirol und Trentino und zeigen ihnen einmal wie dann die Tour auf die Alps startet. Jetzt lassen wir's aufgehen, jetzt wollen wir das Biersee aufgehen. Wir sind hier auf den Wunderschönen, wo es der Wunderschönen gewonnen hat, mit einer fantastischen und den Verkursen qualitativ auch sehr gut sind. So, hallo. Jetzt kommst du mit mir, kriegst du mal was gescheites? Tiroler Kraftbier. Zum Abschluss des Tages und morgen geht's noch Italien. Trentino, Südtirol, gewaltig. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi.